Nicht alle haben das Glück im Leben, trotz Wille, Anstrengung und Ehrgeiz, ihren größten Traum zu erfüllen. Ich hatte die Chance und möchte daher jene unterstützen, denen das nie möglich sein wird. Ich habe bereits in der Vergangenheit bei einer Spendenaktion mitgeholfen und wir werden zukünftig weiterhin gemeinsam mit der Auslöfe für Max und Lara Spenden sammeln. Das ist eine großartige Aktion, um kranke und arme Kinder stark zu machen. Jedes Kind hat das Recht, glücklich zu sein. Die Erkrankung eines Kindes führt oft dazu, dass die Welt zusammenbricht. Die Welt für das Kind selbst, das mit allen anderen Kindern spielen möchte und aktiv sein möchte, aber natürlich auch für die ganze Familie. Die Geschwister, die Eltern, alle sind betroffen und alles, was bis jetzt wichtig war, wird plötzlich ganz unwichtig. Oliver und Theodor haben eine Sache gemeinsam. Es sind genetische Erkrankungen. Beim Oliver führt diese genetische Erkrankung zum Muskelschwund. Das beginnt zuerst oben. Schultergürtel, Oberarme werden immer schwächer. Die Muskel schwinden. Dann geht es Hüfte hinunter, Oberschenkel. Sodass bedauerlicherweise es dazu führt, dass man dann im Rollstuhl endet, wenn man nicht gehen kann. Aber es gibt ganz neue Gentherapien und hier wollen wir helfen. Der Theodor hat auch eine genetische Erkrankung, die dazu führt, dass der gesamte Bewegungsapparat betroffen ist und auch die Sprache, sodass er das nicht kontrollieren kann. Das, was man an dieser Stelle sagen kann, man kann nichts gegen das, was einmal bei der Geburt bei den Genen da war, wieder zurückrollen. Ich glaube, das, was uns allen am Herzen liegt, ist, dass wir als Auster-Familie etwas dazu beitragen, dass es diesen Kindern besser geht, dass sie möglicherweise mit der Gentherapie eine Chance haben, dass aber auch alle, die mit ihnen leben, ihre Geschwister, ihre Familie sozusagen das Leben anders nehmen können. Und ich glaube, die Auster-Familie ist bekannt dafür, dass sie ein großes Herz hat und ich setze darauf, dass wir diesen beiden Kindern wirklich helfen. Auster-Wien ist bekannt dafür, viele soziale Projekte zu unterstützen. In dem Projekt Max und Lara sind wir sogar in einer Vorreiterrolle. Wir sind sehr stolz, in dieser Geschichte mitzuhelfen und stehen zu 100 Prozent dazu. Wir sind sehr stolz, in dieser Geschichte mitzuhelfen und stehen zu 100 Prozent dazu.